Was sind die häufigsten Komplikationen bei Geschwüren? Ulkuskomplikationen im Magen- und Darmtrakt umfassen Blutungen, Perforationen oder Darmblockaden. Jedes dieser Probleme kann zu weiteren Komplikationen führen. Manchmal erfordern Geschwürkomplikationen eine Operation, aber in anderen Fällen sind möglicherweise nur Medikamente erforderlich, um die Geschwürprobleme in den Griff zu bekommen. Mundgeschwüre und diabetische Fußgeschwüre können ebenfalls schwerwiegende Komplikationen verursachen. Leichte bis schwere innere Blutungen können die Folge sein, wenn das Geschwür Blutgefäße beschädigt, wenn es an der Auskleidung des Magens oder des Dünndarms frisst. Die Blutmenge hängt von der Größe der beschädigten Blutgefäße ab. Blutungen können unentdeckt bleiben, wenn die beschädigten Blutgefäße klein sind. Wenn die Blutung in den Verdauungstrakt unkontrolliert anhält, entwickelt der Patient wahrscheinlich Anämie. Wenn der Schaden an größeren Blutgefäßen angerichtet wird, kann die innere Blutung schwerwiegend sein, und es ist normalerweise eine sofortige ärztliche Betreuung erforderlich. Andere Magengeschwürkomplikationen umfassen Perforation und Infektion. Bei einem perforierten Ulkus, von dem etwa 10% oder weniger der Krebspatienten betroffen sind, frisst das Ulkus durch die Wand des Magens oder des Dünndarms und lässt den Mageninhalt in die Bauchhöhle dringen. Dies kann eine Infektion verursachen, die als Peritonitis bekannt ist. Eine Person mit Peritonitis hat typischerweise plötzliche, starke Schmerzen und muss sofort in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert werden. Eine Darmblockade tritt bei 5-8% der Personen mit Ulkuskrankheiten auf. Befindet sich ein Geschwür in der Nähe des Zwölffingerdarms, der den Magen mit dem Dünndarm verbindet, können Schwellungen und oder Narben auftreten. Dies führt zu einer Darmblockade, die verhindert, dass sich der Mageninhalt durch den Verdauungstrakt bewegt. Die Blockade führt normalerweise dazu, dass der Patient häufig unverdaute Lebensmittel erbricht und ein Gefühl von Völlegefühl und ungeklärtem Gewichtsverlust verursacht. Ein sofortiger Krankenhausaufenthalt ist wahrscheinlich für eine Darmblockade. Die Behandlung einer Darmverstopfung hängt von den Ergebnissen einer Endoskopie ab und davon, was der Arzt an der Verstopfungsstelle sehen kann. Wenn die Blockade das Ergebnis einer Schwellung ist, werden dem Patienten üblicherweise Protonenpumpenhämmer oder H2-Rezeptor-Antagonisten verabreicht, um die Schwellung zu reduzieren. In der Regel ist keine Operation erforderlich. Wenn die Blockade durch Narben verursacht wird, insbesondere wenn sie schwerwiegend ist, muss der Patient operiert werden, um das Narbengewebe zu entfernen und weitere Ulkuskomplikationen zu vermeiden. In milden Fällen kann die Operation durch ein Endoskop durchgeführt werden, das in den Hals und den Verdauungstrakt eingeführt wird. Nachdem das Narbengewebe entfernt wurde, wird der Magen wieder mit dem verbleibenden, nicht narbigen Dünndarm verbunden, und die Nahrung kann wieder ungehindert durch den Verdauungstrakt fließen. Mundgeschwüre, Diabetische Fußgeschwüre und Dekobitusgeschwüre, auch Bettwunden genannt, sind weitere Komplikationen. Obwohl Mundgeschwüre selten sind, besteht für den Patienten ein Risiko für bakterielle Infektionen. Zuckerkranke Fußgeschwüre erfordern eine gründliche Reinigung und Pflege sowie Antibiotika, um die Entwicklung einer Infektion und eines Brandes zu verhindern. Wenn die Behandlung von Diabetikern nicht funktioniert, muss die Extremität möglicherweise als letztes Ergebnis amputiert werden. Unbeweckliche Patienten können Wunden im Bett entwickeln, die zu Infektionskomplikationen, Brandwunden und einer Vielzahl anderer Gesundheitsprobleme führen.